In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man für die E-Funktion das Verhalten gegen Unendlichen entscheiden kann, beziehungsweise wie man Grenzwerte oder waagerechte Asymptoten bestimmt. Zwischendurch werde ich die E-Funktion auch mit ganznationale, beziehungsweise gebrochennationale Funktionen mischen, so dass ihr praktisch alles in einem sehen könnt, was für die Abiturprüfung von Bedeutung ist. Alles fängt natürlich an mit der natürlichen Exponentialfunktion e hoch x. Deswegen schauen wir uns nochmal zur Erinnerung das Schaubild der e hoch x-Funktion an. Und für diese Funktion wollen wir das Verhalten dann in Unendlichen bestimmen. Wenn ihr jetzt auf das Schaubild schaut, ihr solltet euch daran erinnern, dass die x-Achse nach rechts gesehen gegen plusunendlich läuft und natürlich nach links gesehen gegen minusunendlich. Was die x-Achse kann, kann auch die y-Achse. Nach oben ist natürlich das plusunendlich und nach unten das minusunendlich. Als erstes wollen wir für x gegen unendlich entscheiden, wohin f von x läuft. Dafür schauen wir rechts vor der y-Achse, wohin die e-Funktion hinzieht und betrachten praktisch nur das Ende der Funktion. Und das spielt eine Rolle und, glaube ich, ganz gut erkenbar, das geht nach oben. Das bedeutet, f von x geht in diesem Fall gegen plusunendlich. Nochmal das Ganze nach links gesehen, also für x gegen minusunendlich. Wollen wir auch jetzt herausfinden, wohin f von x läuft. Wenn wir das Ganze nach links betrachten, dann sollte euch auffallen, dass die e-Funktion nicht nach oben und nicht nach unten geht, sondern sie nähert sich hier an dieser Stelle der x-Achse. Das bedeutet, sie wird niemals die x-Achse berühren und auch nicht schneiden, selbstverständlich. Aber sie nähert sich der x-Achse. Deshalb kann man mit gutem Gewissen sagen, sie nähert sich gegen 0. Diesen Näherungswert bezeichnen wir als Grenzwert oder, abhängig vom Anfängungsfall, auch als waagerechter Symptote. Aber dazu später ein bisschen mehr. Zu der Schreibweise, die ich jetzt angewandt habe, gibt es noch eine alternative Schreibweise. Die sieht so aus. Das Ganze kann man auch mit Limes oder Lim beschriften. Limes bedeutet nichts anderes als Grenze, in diesem Fall Grenzwert. Es ist einfach eine Alternativschreibweise. Also wenn eure Lehrer das bevorzugen, dann nutzt bitte das. An dieser Stelle noch einen kleinen Hinweis. Dieses Verhalten im Unendlichen für die natürliche Exponentialfunktion werden wir bei den zukünftigen Aufgaben ständig brauchen. Und wir wollen uns ja nicht jedes Mal das Schaubild vorstellen. Deshalb versuchen wir das ein bisschen vereinfacht zusammenzufassen. Das heißt, wenn x gegen Unendlich läuft und f von x gegen Unendlich geht, können wir das Ganze auch so formulieren und sagen, e hoch Unendlich ist gleich Unendlich. Und für x gegen Minus Unendlich können wir dann sagen, e hoch Minus Unendlich ist gleich Null. Das sind sozusagen zwei sehr wichtige Grenzwertsätze, die wir an dieser Stelle gedanklich mitnehmen werden. Wir versuchen jetzt diese Denkweise auf einem einfachen Beispiel anzuwenden. Wir haben hier eine Funktion f von x und wir wollen das Verhalten gegen plus, minus Unendlich untersuchen. Zur Erinnerung, hier rechts abgebildet, das sind die zwei sogenannte Grenzwertsätze, die wir uns vorher hergeleitet haben. Okay, als erstes wollen wir natürlich dann für x gegen Unendlich schauen. Und die Denkweise, die man hier anwendet, ist ganz einfach. Man ersetzt einfach das x bei der e hoch x mit Unendlich. Dann sieht das Ganze so aus. Und dieses e hoch plus Unendlich, was dort entstanden ist, sollte euch was sagen. e hoch plus Unendlich, anhand dieser Grenzwertsätze, die wir aufgeschrieben haben, ist natürlich Unendlich. Also das können wir jetzt hier an dieser Stelle vereinfacht als Unendlich sehen. Und dann würde unser nächster Schritt wie folgt aussehen. Wir haben dann zweimal Unendlich, minus 5. Naja, zweimal Unendlich ist natürlich ebenfalls Unendlich. Und dann, der nächste Schritt sieht dann so aus. Unendlich, minus 5. Wenn ihr an dieser Stelle Schwierigkeiten habt, euch das Ganze vorzustellen, denkt vereinfacht wie folgt. Ihr habt auf dem Konto unendlich viel Geld. Und davon gebt ihr 5 Euro für den Burger aus. Macht das euren Konto was aus? Natürlich nicht. Ihr habt immer noch unendlich viel Geld. Das bedeutet, dass unser Endergebnis an dieser Stelle natürlich ebenfalls unendlich lautet. Und damit haben wir auch das Verhalten gegen plus Unendlich entschieden. Also f von x läuft entsprechend gegen Unendlich. Jetzt das Ganze nochmal natürlich für x gegen minus Unendlich. Also, wir setzen auch hier gedanklich das x in der e hoch x mit ein minus Unendlich. Dann sieht das Ganze natürlich so aus. Und dieses e hoch minus Unendlich haben wir auch als Grenzwertsatz aufgeschrieben. Es läuft einfach gegen 0. Also, das kann man vereinfacht als 0 sehen. Entsprechend lautet dann unser nächster Schritt. 2 mal 0 minus 5. Naja, 2 mal 0 ist selbstverständlich 0. Und 0 minus 5 ist dann minus 5. Schlussfolgernd können wir dann an dieser Stelle sagen, wenn x gegen minus Unendlich läuft, läuft dann f von x gegen minus 5. Und diese Zahl ist dann das sogenannte Grenzwert dieser Funktion. Und abhängig vom Anwendungsfall kann man das auch als waagerechte Asymptote bezeichnen. Die Beispielaufgabe, die wir gerade gesehen haben, war leider nicht die schwierigste Aufgabe. Deshalb müssen wir ein bisschen gedanklich weitergehen und verstehen, dass die e hoch x Funktion die stärkste Funktion ist. Was damit gemeint ist, klären wir gleich. Also, wir haben dann diese Funktion hier. Okay, wir mischen hier die e-Funktion mit gebrochenrationale Funktionen. Nicht schlimm. Und wir wollen natürlich auch hier einmal gegen plus Unendlich schauen, einmal gegen minus Unendlich. Zur Erinnerung, wir kennen bereits zwei Grenzwertsätze und die habe ich wieder rechts eingeblendet. Okay, wie können wir das Ganze jetzt benutzen? Naja, versuchen wir uns wieder das Ganze ähnlich wie vorher vorzustellen. Also, wenn x gegen plus Unendlich läuft, das bedeutet, ich ersetze hier bei der e-Funktion das x mit dem plus Unendlich. Dann habe ich entsprechend e hoch Unendlich. Und unten haben wir ein x, das wird natürlich auch mit plus Unendlich ersetzt. Also durch Unendlich. Jetzt, wir haben ja festgestellt, dass e hoch Unendlich immer Unendlich ist. Und unten haben wir auch Unendlich. Also, fälschlicherweise neigt man gedanklich zu sagen, an dieser Stelle, dass Unendlich durch Unendlich 1 ergibt, weil sich wegkürzt. Das ist allerdings falsch. Und zwar, die e-Funktion dominiert immer alle anderen Funktionen. Das heißt, das Unendlich oben ist sozusagen viel, viel stärker als das Unendlich unten. Also, dieses Unendlich unten können wir dann wie eine Zahl betrachten. Also, es ist, kurz gesagt, unwichtig für unsere Rechnung. Deshalb könnt ihr euch an dieser Stelle dann vereinfacht vorstellen. Ihr teilt ja Unendlich durch 1. Und dann lautet unser Ergebnis natürlich plus Unendlich. Und das Ganze dann nochmal für x gegen Minus Unendlich. Wir verwenden auch hier die gleiche Denkweise wie oben. Also, wir ersetzen beide x mit Minus Unendlich. Entsprechend haben wir dann oben in Zählern dann, e hoch Minus Unendlich. Und unten in Nenner dann einfach nur Minus Unendlich. So, e hoch Minus Unendlich kennen wir bereits. Das ist einfach 0. Und unten bleibt dann Minus Unendlich. Also, teilen wir an dieser Stelle 0 durch irgendwas. Und das ergibt natürlich 0. Und dieser 0 wäre auch in diesem Fall unser Grenzwert, beziehungsweise unser waagerechter Asymptote. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis an dieser Stelle, was ich mit grün geschrieben habe, musst ihr natürlich nicht hinschreiben. Das ist nur eurer Denkweise. Das einzige, was zählt, ist das, was mit blau geschrieben ist. Unsere nächste Beispielaufgabe sieht dann wie folgt aus. Und auch hier wollen wir natürlich einmal gegen Plus und einmal gegen Minus Unendlich schauen. Wir fangen wieder an mit x gegen Plus Unendlich und ersetzen gedanklich alle x in dem Funktionsterm mit Plus Unendlich. Entsprechend habe ich dann oben einen Zähler, unendlich hoch 3 und unten Nenner e hoch Unendlich. So, das können wir auch ein bisschen zusammenfassen. Unendlich hoch 3 ist natürlich Unendlich und e hoch Unendlich ist auch Unendlich. Also, es sieht so ein bisschen wie oben aus. Allerdings befindet sich die e-Funktion jetzt im Nenner und wie wir gesagt haben, ist die e-Funktion die stärkste Funktion. Also, sie wird praktisch den Zähler dominieren, so dass dieser Unendlich hier in Zähler wie eine Zahl ist, wie eine niedrige Zahl im Vergleich zu dem Unendlich unten in Nenner. Und deswegen müssen wir uns jetzt an einen anderen Grenzwertsatz erinnern, den habe ich rechts abgebildet. A steht für irgendeine Zahl, geteilt durch Unendlich läuft immer gegen Null. Das kann man auch sehr einfach nachvollziehen, wenn man zum Beispiel einfach mal 2 durch eine riesengroße Zahl im Taschenrechner teilt, zum Beispiel 100 Milliarden. Dann sieht man, dass man ein sehr kleines Ergebnis hat, das gegen Null läuft. Genauso passiert auch hier an dieser Stelle. Unser unendlich obenen Zähler können wir wie eine Zahl ansehen und deshalb kommt auch hier an dieser Stelle Null raus. Dieser Null ist natürlich wieder unser Grenzwert oder die sogenannte waagerechte Asymptote. Jetzt das Ganze nochmal natürlich für x gegen Minusunendlich. Auch hier ersetzen wir gedanklich das x mit ein Minusunendlich. Entsprechend werden wir dann oben Minusunendlich hoch 3 haben und unten e hoch Minusunendlich. Gut, Minusunendlich hoch 3 ist natürlich Minusunendlich. Wegen der ungeraden Hochzahl bleibt ja das Unendlich negativ. Und unten im Nenner haben wir dann e hoch Minusunendlich ist eigentlich Null. Ja, was machen wir in diesem Fall? Wir haben noch einen Grenzwertsatz, das hier eine sehr wichtige Rolle spielt, auch rechts eingeblendet. Und zwar, irgendeine Zahl durch Null ergibt unendlich. Ja, das macht auf den ersten Blick keinen Sinn, weil wir dürfen nicht durch Null teilen. Aber dieser Null hier an dieser Stelle ist keine echte Null. Das ist einfach nur eine sehr kleine Zahl, die sich Null nähert. Deswegen macht dieser Satz doch Sinn, wenn wir praktisch eine Zahl durch eine sehr, sehr kleine Zahl teilen. Natürlich kommt eine sehr große Zahl raus. Oder ihr könnt es auch so sehen, dass es die obere Formel einfach nur anders umgestellt nach unendlich. So oder so, wenn wir bei Grenzwertbetrachtung irgendwas durch eine sehr kleine Zahl, also durch Null vereinfacht sagen, teilen, kommen dann natürlich unendlich raus. Und in diesem Fall, für unser Beispiel, wäre es natürlich minusunendlich das Ergebnis, weil vor dem Unendlich noch ein Minuszeichen steht. Und um ehrlich zu sein, sind diese vier Grenzwertsätze rechts alles, was ihr braucht, um auf Abiturniveau die Aufgaben gebacken zu kriegen. Im Studium gibt es natürlich viel, viel mehr zu entdecken. Und jetzt natürlich noch ein paar Beispielaufgaben. Das sind die Aufgaben und nicht vergessen, das sind die Grenzwertsätze, die wir mit Sicherheit brauchen werden. Kleiner Hinweis, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt das Ganze verstanden, dann könnt ihr an dieser Stelle auch auf Pause drücken, versuchen das Ganze selbst zu lösen und dann mit meinen Ergebnissen vergleichen. Und los geht's mit der ersten Aufgabe. Also wir schauen zuerst für x gegen plus endlich. Wohin f von x läuft. Zuerst wieder die Denkweise, die ich mit Absicht hier nochmal reinnehme, für den Fall, dass einer von euch mit dem Aufgaben Schwierigkeiten hat. Also wir ersetzen das x mit einem Unendlich. Dann haben wir entsprechend minus e hoch Unendlich mal Unendlich hoch 5. Gut, das können wir jetzt auch entsprechend zusammenfassen. Minus e hoch Unendlich, e hoch Unendlich ist Unendlich. Und ein Minus davor wird natürlich zu einem Minus Unendlich. Und Unendlich hoch 5 ist natürlich Unendlich. Und Minus Unendlich mal Plus Unendlich ergibt natürlich an dieser Stelle Minus Unendlich. Also das ist unser Ergebnis für x gegen Plus Unendlich. Jetzt für x gegen Minus Unendlich müssen wir wieder schauen, wo f von x hingeht. Natürlich setzen wir dann für x ein Minus Unendlich ein. Und wir haben dann Minus e hoch Minus Unendlich mal Minus Unendlich hoch 5. Wenn wir jetzt das Ganze zusammenfassen, e hoch Minus Unendlich ist 0. 0 mit Minus davor spielt auch keine Rolle mehr. Also ist 0. Und hinten hätten wir theoretisch dann Minus Unendlich. Und 0 mal irgendwas ist natürlich 0. Deshalb ist auch unser Ergebnis 0. Bei der zweiten Beispielaufgabe haben wir wieder x gehen plus Unendlich. f von x läuft gegen. Auch hier werde ich zuerst das x mit einem Unendlichen setzen. Das bedeutet, wir haben dann entsprechend Minus 2 mal Unendlich hoch 4 plus e hoch Minus Unendlich. Minus 2 mal Unendlich hoch 4. Naja, Unendlich hoch 4 sind Unendlich mal Minus 2 sind dann entsprechend Minus Unendlich. Haben wir hier vorne. Und hinten e hoch Minus Unendlich. Wir erinnern uns, das ist ja 0. Heißt halt für uns, entsprechend Minus Unendlich plus 0 ist natürlich Minus Unendlich. Für x gegen Minus Unendlich sieht dann das Ganze wie folgt aus. Wir haben dann x gegen Minus Unendlich. f von x läuft gegen. Und wenn wir jetzt hier das x mit einem Minus Unendlich ersetzen, sieht dann wie folgt aus. Wir haben dann Minus 2 mal Minus Unendlich hoch 4 plus e hoch Minus Minus Unendlich. So, jetzt fassen wir natürlich zusammen. Minus Unendlich hoch 4 ist ja eigentlich Plus Unendlich. Wegen der hoch 4 verschwindet dieses Minuszeichen. Aber mit der Minus 2 davor wird das Ganze wieder zu einem Minus Unendlich. Und hinten haben wir Minus Minus oben in der Hochzahl oder im Exponenten. Deshalb haben wir e hoch plus Unendlich. Und das Ganze dann ergibt selbstverständlich Unendlich. Und jetzt müssen wir uns an die Tatsache erinnern, dass die e-Funktion alles dominiert. Die stärkste Funktion im Terme ist. Das bedeutet, dass dieser Minus Unendlich vorne überhaupt nicht zu beachten ist im Vergleich zu unserer e-Funktion, dem Unendlich von der e-Funktion. Und aus diesem Grund lautet dann unser Ergebnis an der Stelle einfach plus Unendlich. Diese Funktion hätte zum Beispiel gar keinen Grenzwert. So, zu der dritten Aufgabe. Also, mal wieder zuerst x gegen plus Unendlich. f von x läuft gegen. Und jetzt schreibe ich nicht mehr die Denkweise ausführlich hin, sondern versuchen wir uns das ein bisschen in den Koffer vorzustellen. Also, oben im Zähler setzen wir Unendlich ein. Da haben wir e hoch Unendlich ist Unendlich. Und das ist eine e-Funktion. Unten haben wir Unendlich hoch 3 plus 1. Das sind ja natürlich Unendlich. Aber, weil das Unendliche im Zähler alles dominiert, zählt der Nenner überhaupt nicht mehr. Und das Ergebnis ist einfach Unendlich. Wenn wir jetzt gegen minus Unendlich dagegen schauen, wird es auch nicht viel komplizierter. Oben im Zähler haben wir e hoch minus Unendlich. Und e hoch minus Unendlich ist natürlich 0. Da interessiert uns gar nicht mehr der Nenner. 0 geteilt durch irgendwas ergibt natürlich 0. Bei der vierten Aufgabe dann, x gegen plus Unendlich, f von x läuft gegen. Wenn wir hier gedanklich Unendlich einsetzen, dann haben wir 2 minus Unendlich hoch 4. Also, kurz gesagt, haben wir oben ein Minus Unendlich. Und unten haben wir e hoch 3 mal Unendlich. Das ist e hoch Unendlich, ist wieder Unendlich. Das untere Unendlich dominiert wieder. Also, der Zähler könnt ihr einfach als eine kleine Zahl sehen. Und nach diesem Grenzwertsatz hier, irgendwas geteilt durch Unendlich läuft immer gegen 0. Für x gegen Minus Unendlich haben wir dann an dieser Stelle, wenn wir einsetzen, hinten hier oben zählen Minus Unendlich hoch 4. Das ist das gleiche wie Unendlich. Und 2 Minus Unendlich ist wieder Minus Unendlich. Unten, in Nenner allerdings, haben wir dann e hoch Minus Unendlich. Und das läuft gegen 0. Und wir wissen ja, irgendwas geteilt durch 0, das ist dieser Grenzwertsatz hier, ergibt Unendlich. Aber aufpassen, ihr habt hier noch ein Minus Zeichen. Deshalb ist das Ergebnis Minus Unendlich. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In diesem Zusammenhang ist es natürlich auch wichtig, dass ihr genau wisst, was eine waagerechte oder eine schiefe Asymptote für eine E-Funktion ist. Die Eigenschaften der E-Funktion sind natürlich wichtig, damit meine Verschiebungsstreckung oder Spiegelung, Ableitung, Stammfunktion, Bildung sowie Lösen von Exponentialgleichung. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts.